An alle Einheiten, Sammelfunk dort angegriffen. Die Schiffrücken von 42. und Broadway vor. Luftevakuierung im Gange, wird aber dauern. Willkommen zurück. Zwei Crysis. Zwei. Ja, nö. Ähm, ich wäre froh, wie ihr mir noch eine andere Waffe hättet. Zirgendwo auswahl. Ja, natürlich. Ich werde dich gleich umbringen, du Vollidiot. Was, hier gibt's nichts? Toll. Keine Waffen. Prima. Super, wir müssen mit dem klarkommen, was wir haben. Also, versuchen wir's mal. Jetzt ist es ja ruhig. Hier und in der Ferne um die Schießerei. Hallo? Okay, wir sollen sie zurückschlagen. Komm, äh, Schrot filmt mir, Alter. Jetzt geht's ab. Was ist das? Komm, wir müssen Munition haben, oder? Komm, lass mal Papa ranhieren. So, nochmal einmal entwicklen. Ich muss gar nicht baut rein, aber auf den. Gut. Oh. Sehr schön. Einsammeln. Gut. Oh, shit. Wo sind nur noch welche? Da kommen noch was. Na, ein bisschen haben wir noch, was wir geschützt. Hey. So. Na komm schon, da oben ist mal einer. Aha, der wollte sich wohl verstecken, da oben. Kräckiger. Ja, mit dem letzten Schuss, Alter. Yes, baby. Oh, ne Polizeistation. Die werden uns ja nicht helfen. Shit. So, dann will ich ja. Hi. Komm her. Ist das ein bisschen Nahkampf? Nahkampf schadet nie. Ey, bleib mal stehen hier. Oh, die gehen in unsere Deckung rein. Ey, was ist mit dir los, Alter? Bist du angebrannt? Achso, der ist noch ein bisschen dunkel. Hä? Wer wirft denn die Granaten auf uns? Da oben ist noch. Einer. Da ist immer noch einer. Ich bin total getanzt, was die hier. So. Was ist mit dem da oben? Ist der tot? Wir haben halt keine Emissionen mehr. Scheiße. So, ich geh mal wieder ein bisschen einsammeln. Komm her. So. Eigentlich wollte ich mir gerade greifen, aber naja. Da oben sind noch zwei. Achso, scheiße. Das ist eine Schrotflinte. So, einmal. Komm. Komm her. Tot. Oh, ich höre was Großes. Ähm. Scheiße. Scheiße. Leute. Das ist nicht gut. Schlage den Servangriff zurück. Ja, sagst du. Granatware von leichte Schrotflinte Reflex-Visier. Nein. Scheiße. Fuck. So. Dann mich und. Ich schnapp's mir. Wow. Scheiße. Ich hab mir eine mitgegeben, Alter. Fuck. Ich wollte es mir eigentlich schnappen. Da ist noch eins. Dort. Dort. So. Nummer eins. Dort oben. Der ist abgehoben. Da ist es. Nachgefühl. Die wissen, was sie zu tun haben. Verschaffen sie uns falsch. So. Ja. Ich greife einfach mal an. Guck eben nur, dass der Strom wieder hierherkommt. Das ist nicht gut, wenn es hier so... Oh nein. What the fuck? Wie oft kommt das noch? Ey, das kann doch nicht sein, Alter. Wie viel... Wie oft wird das noch kommen, ey? Okay. Boah. Okay. Hat die jetzt was vorbeigeschaffen? Nein! Weg hier! Wenn ich hier auffühlen... Oh! So, ich glaub das Tief ist bald down in der Zeit aufschieß Deswegen muss ich hier weg Scheiße, kein Abfall zu dürfen, ne? Boah! Shit! So, war's nur? Okay Nur noch eins Oh nein! Alles rein halten, was ich hab Energie wieder auffüllen Und drauf halten! Okay, es ist bald kaputt Es ist nicht mehr... Lange... Aktiv Ich hab' noch den Rest, komm! Komm her! Ich muss die Munition sparen, ich muss die von Hand... Ausschalten Ich muss mal die hier Ja! Kurz gerade greifen! Kann ich da rein? Ja! Oh shit! Komm! So! Jetzt aber! Konzentration! Und es ist... Down! Yeah! 2000, oder? Jawoll! Scherzkeks Scherzkeks WTF? Wo ist das nun? Ah, ne... Ja, Gott sei Dank Langsam reicht's mir hier Hey! Ja, lass mich rein! Roger! Was ist das? Was ist das? Ja, ich hab' ihr Kassier noch an! Wir sind bereit für die Verkürierung! Sie müssen... Colonel Buckley! Ich muss Ihnen davon wirklich abraten! Wer sind Sie? Jack Hargreave! Colonel, jetzt ist wirklich keine... Das ist ein Militärkanal! Zeit für Höflichkeiten! Sie haben es mit einer Vernichtungs-Bio-Waffe jenseits Ihrer Vorstellungskraft zu tun. Sie und Ihre Männer sind in 90 Sekunden tot, wenn Alcatraz meine Anweisungen nicht genauestens befolgt! Zyklop 4, Halt! Zurück auf Operationshöhe! Roger! Danke, Colonel! Alcatraz! Der Speer soll weitere Sporen verbreiten, aber das System lässt sich aushebeln. Sie müssen daran hochklettern, wie bei dem im H-11. Sie müssen auf dem H-11. Sie müssen nach dem H-11. Na, super! Okay! Bitte beeilen Sie sich! Ich kenne die Einsatzparameter nicht, aber ich gehe vom Schlimmsten aus! Hallo? Es ist dunkel. Äh! Was zum Hänker? Das ist nicht geplant. 5 Blub 4! Landen Sie und nehmen Sie uns auf! Verstanden? Wir gehen runter! Der Speer, Alcatraz. Achten Sie auf den Speer! So, jetzt müssen Sie mich wiederbeleben, so wie es aussieht. Haben wir schon mal benutzt. Ach du Scheiße, wofür bin ich jetzt in dem Scheißspiel schon gestorben, Mann! Heftig! Anzug Neustart. Oh, ich glaube, es lebt noch. Oh mein Gott! Scheiße, komm, holt mich ab! Komm! Komm schon! Komm! Komm, spring! Und... Nein, nicht, nicht, nicht runterfliegen! Oh! Ich 2! Nee! Shit! Gut! Was vom Teufel machen Sie immer noch in der Stadt? Sie sollten evakuiert werden! Glauben Sie, wir hätten's nicht versucht? Sie haben uns überrannt und den Scheißzug zum Entgleisen gebracht, auf halber Strecke nach Harlem! Hören Sie mir jetzt zu! Wir müssen zum Prism! Das ist die einzige Hoffnung! Wenn es Antworten gibt, dann hat sie Hargreave! Sie müssen Alcatraz reinschicken und ihn rausholen! Zu Nacht. Huah! Wie war? Na, mir sch videon! Da bin ich mal gespannt, ob man das schafft wird, in der nächsten EpisodeStone. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart! Und wir sehen uns dann...